Die 5 besten Spülbecken-Organizer in Schwarz Ich bin begeistert von dem US-Hybrid Spülmittelspender Kücheset. Der Spülmittelspender mit Schwammhalter ist ein wirklich praktisches Tool in meiner Küche und der Seifenspender mit Schwammhalter sorgt dafür, dass ich alles griffbereit habe, was ich zum Spülen brauche. Beide Spender sind leicht nachzufüllen und können einfach gereinigt werden. Das Set ist ideal für meine Küchenspüle und ich kann es wärmstens empfehlen. Die schwarze Farbe passt perfekt zu meiner modernen Küche und macht das Set zu einem echten Hingucker. Ich habe den Spülbecken-Organizer für meine Küche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist praktisch und hält meine Utensilien ordentlich aufgeräumt. Der Edelstahlkorb ist stabil und schön anzusehen. Ich mag auch den Abflusspfanne und den Dual-Use-Schwammbürste-Seifenschalehalter, die sehr nützlich sind. Außerdem finde ich es toll, dass es sowohl für die Arbeitsplatte als auch für die Wand montiert werden kann. Insgesamt ist es ein tolles Produkt und ich würde es jedem empfehlen, der seine Küche organisiert und aufgeräumt haben möchte. Ich bin absolut begeistert von diesem Miefi Spülbecken-Caddy mit Abtropfschale. Das edle schwarze Design sieht fantastisch in meiner Küche aus und bietet gleichzeitig eine praktische Lösung zur Aufbewahrung von Schwämmen, Würsten und Seifenspendern. Die Abtropfschale ist eine großartige Ergänzung, um das Spülbecken sauber und ordentlich zu halten. Der Organizer ist aus Edelstahl gefertigt und fühlt sich sehr robust an. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der nach einer stilvollen und funktionalen Option für seine Küchenorganisation sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Venco Spülset Empire. Es sieht super schick aus und hat gleich vier nützliche Funktionen. Der Spülmittelspender funktioniert super und die Spülbürste liegt gut in der Hand. Auch der Spültuchhalter und der Organizer wurden clever integriert. Die hochwertige Keramik mit Soft-Touch-Oberfläche fühlt sich sehr edel an und ist einfach zu reinigen. Das Fassungsvermögen von 250 ml ist ausreichend und die Größe mit 11 x 19 x 12,5 cm ideal. Alles in allem eine tolle Anschaffung für meine Küche. Ich war auf der Suche nach einer praktischen Lösung, um meine Küchenspüle aufgeräumt zu halten. Mit dem Corva Odeco Spüle Caddy Organizer habe ich diese gefunden. Der Schwarz-Arbeitsplatte mit Ablaufwanne sorgt dafür, dass das Wasser abläuft und meine Putzutensilien trocken bleiben. Der Schwammhalter, die Bürste und der Geschirrtuchhalter sowie weitere Halterungen bieten ausreichend Platz für alles, was ich in der Küchenspüle benötige. Das Material ist robust und gut verarbeitet. Insgesamt bin ich mit dem Corva Odeco Spüle Caddy Organizer sehr zufrieden und würde ihn jedem empfehlen, der sich eine praktische und platzsparende Lösung für seine Küchenspüle wünscht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.